So, das ist verrückt, qualitativ, in meinem Fall, nicht im Lebensraum, aber das ist schön. Ja, das ist gut. Und dann hier hätte ich sogar einen Sonnenkasten, ganz sicher. Guck, das ist gut. Mhm. Das hat mir angeheizt. Das ist auch nicht mehr. Hier ist es gut. Hier ist es gut. Das hat noch mal nur gemacht. Hier kriegt Kinder alle hier um die Wände Ohren. Ja, nein. Ich bin hier alles schlecht an. Ich bin hier alles schlecht an. Ich bin hier schon an. Ja, aber betreutes Wohnen ist hier. Also, du bist hier wirklich betreut. Nee, du hast Schicht um Atmen. Ich kann sogar mit Teile mit dir. Ich glaube, eine Kohlekuppe isst da nichts mehr. Das war meine Schuhe. Aber jetzt ist das noch falsch. Ich esse eh mal von Kohlen. Ich muss sofort sehen. Ich zeig vor der Tür. Warte, die Blonde so wieder.